Hi zusammen, ich bin der Georg Schwethelm vom Weingut Schwethelm aus dem Zellertal. Ich habe euch heute unseren Weißburgunder Zellertal, den Ortswein, mitgebracht. Weißburgunder für mich echt Rebsorte, die wir schon seit fast 30 Jahren im Anbau haben. Alle kennen wahrscheinlich Grauburgunder. Ich finde aber Weißburgunder echt eine spannende Rebsorte, weil es ein ganzes Stück filigraner ist wie Grauburgunder, weil man einfach auch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Und auch bei uns, gerade mit den Kalkböden, wird er deutlich filigraner und macht mir mehr Spaß. Weißburgunder hat einen ganz kleinen Anteil, der im Holz war, ungefähr 15 Prozent. Der Rest war im Edelstahl. Die Kombi gibt uns zwar einen kleinen Schmelz, aber dann wiederum die frischende Mineralität aus dem Zellertal fängt es super auf und die Kombi ist super trinkig. Viel Spaß!